Gut zurück zu FIFA 15 Im nächsten Spiel geht es gegen Hallofair Maija ist nicht ganz fit, das Spiel ist auch nicht ganz fit, deswegen pumpen wir ihn nur nicht mal rein Aber die lassen wir trotzdem auch zur Auswechselbank sitzen Wir spielen jetzt gegen Hallofair und im nächsten Spiel müssen wir gegen Bayern ran Eieieieieieiei Gegen die Bayern Kritisch Gegen die Bayern ist immer kritisch Da spiele ich gar nicht gerne Yes Geil Geil Und Coman und Allaire vorne drin ins Einstarten aber Coman Der sprintet da halt nun mal direkt durch auf Allaire, Allaire wird gelegt aber kein Atmetter Oh, das seh ich aber ganz ganz kritisch Oh, das seh ich kritisch Seh ich aber ganz ganz kritisch, dass das kein Elfmeter ist Aigner, Aigner setzt nach Richtig gut Und mein Spieler rennen sich da unten selber umhaufen Finde ich auch gut Nein, nein Oh Da hätte ich jetzt aber auch auf Allaire gepfiffen Wir sind ein Atmetter auf meiner Seite, wir müssen ein Atmetter auf der anderen Seite So, oben auf Coman Coman kann sich Ein bisschen durchsetzen Coman, ein Sulfa in Frankfurt Schönes Tor von Kinsley Coman Richtig schön gemacht Schön, da zieht er schön nach innen Und dann Horenzlange Eck Fünftes Tor in der Bundesliga So hat man das doch gerne Für Medujovic darf ja auch nochmal spielen, weil Hasebi ja aktuell gerade verletzt ist Und Medujovic der einzige defensiven Mittelfeldspieler ist Und das war, wir könnten kaufen, kaufen, kaufen Aber kaufen, kaufen, kaufen ist nicht ohne Geld Und das ist eh noch eine Saison, die wir hier spielen Ach, Ball geht nicht raus, schade Vielleicht stelle ich mal eine Stufe hoch, weil das zu einfach ist So, die Fans von Hannover sind wieder da War alles gut, war kein Foul Fans sehen das aber anders Oh, Kinsley Coman ist wieder da Kinsley Coman, Kinsley Coman Aber Almer, Almer, was auch immer ist da Almer Wenn man so ausspricht Und 2-0 Ups Fast die Töne von Hannover gestartet 2-0 von Kittel Sunny Kittel So will man das doch sehen Hannover schläft aktuell hinten noch Ach, schon vieles Tor in der Bundesliga gemacht Auch kein schlechter Spieler gewesen, der Kittel Allea Oh, die schlafen aber ganz schön da hinten drin Wieder keiner, das war Ball Aber beim ersten Foul am Allea Oh, ich weiß nicht, ob das Ball war Beim ersten Foul Sicher immer noch kritisch 1-0 Gladbach auf meinen Oh, wie Was Obi, Alter Wie, der Ball war da nicht drin, Alter Alter, was Der Ball war da im Ernst nicht drin, Alter Was war das denn Für ein traueres Spiel gerade Ach, Almer, der versucht Der kommt immer durch Aber er Schafft sie es im Abschluss Ach Almer ist auch ein richtig guter Spiel Aber hier 15 Ja gut Mit so einer Gesamtstärke Ist ganz klar Ach Ach Ja komm schon, Alter Mach nicht solche Faxen Wo ist denn das? Aler Aler ist gut am Ball behalten, aber Ist nicht so arg krank schnell Aber er kann Er kann eine Bälle halten Das kann er Oh, kritisch Gutes Passspiel von Hannover Aber gut gemacht Von Chandler Schöne Ecke Aber so weit Ball ist heiß Immer noch heiß Tapes da Der Ball ist immer noch bei Hannover Immer noch bei Hannover Jetzt ist der Ball weg Bei Chandler Und Chandler hat den Ball auf Comor gelegt Comor rennt nach vorne Er rennt nach vorne Er Schissene Flanke Aber Kittel kommt an den Ball Aber Ins Tor aus So Hoffnung Immer noch im Angriff Abgefangen Von Zambrano Oh, faul Zambrano Das wird auf jeden Fall noch eine gelbe Nachsicht ziehen Nein, no Ganz, ganz kritisch Was war das denn wieder von Zambrano So, wir haben ja wieder komplett Scheiße So Oh, Freistoß Frankfurt Das gibt eine gelbe Keine gelbe Karte So, das soll aus Obwohl der Schiri eine gelbe Karte geben Komm, komm mal schießen Oh, kritisch Ganz schön eigentlich Geschossen Ist es aus Von einem konkurrenten Leverkusen Wo sind die denn? Leverkusen liegt vorne Fuck Na gut, wir liegen ja auch vorne Ist also nicht so schlimm Und die bleiben halt Ein Punkt hinter uns dran Oder? Ein Punkt? Ich weiß es Ein Punkt, ne Ich glaube nicht, oder? Doch, ich glaube Ein Punkt hinter uns Wäre schön gewesen Aber leider nein 3-0 ist nicht gegönnt 3-0 ist nicht gegönnt mir Sei mir nicht gegönnt Ja, ja Geh halt nicht hin Mit Habe ich kein Problem Habe ich kein Problem damit Äh, das ist ein Wurf für Ja, das hat sich ein Wurf Für Dortmund Gerade gegen Bayern No Tschöker macht das richtig gut Ach du Scheiße Oh Gibt Abstoß So, so, so Ich passe hier Den ganzen Tag mit Stallpass Mein Gott Das kann ich gar nicht Bin mal echt Löschen direkt Alter Kann ich doch kaputt machen Eigentlich Leverkusen 2-0 Oh, 8. November Ich, das ist ja morgen Wir haben tatsächlich November Lull Das wäre morgen Oh, guck mal Mach mal Mal einen Pass Kittel Oh, Alea Alea darf auch nicht Inui und Alea Dörfen keine Tore schießen Das dürfen die nicht Der FIFA-Gott sagt Nee, ihr nicht Alle anderen Nur ihr beiden nicht Oh, legt er sich Genau in den Schuss rein Die Fans von Hannover sind wieder da Die gehen wieder Gas Die Hannover-Warner Oh, faul Gibt ein Elf Oh, das war ja im 16er Das gibt ein Elfmeter Ah, das war im 16er Das gibt tatsächlich ein Elfmeter Für Hannover Iuiui Jetzt bin ich gespannt Ja, unser Tor-Ding von Hannover Ist auch schmutzig, Alter Komm schon Trau dich Trau dich Trau dich Trau dich Er schießt in die Mitte Dieser Hund Er schießt einfach in die Mitte Dieser Hund Alter, was einer Was einer Er schießt direkt oben hin Alter, was ein Typ Ja, jetzt gibt's auch Smaller Jetzt gibt's direkt das 3 zu 1 Einfach wie der Stimmel Einfach in die Mitte Feuert, Alter Mein Gott Ah, eigentlich hat er Verletzt das Er macht direkt das Er macht direkt das 2 zu 2 Der Stimmel Oh mein Gott, Alter Was Zum Teufel Was war das denn Er legt sich den Ball 2 mal selber vor Zack, da nochmal Und dann Und dann Und dann da nochmal Das ist so scheiße, Alter Ganz ehrlich Da hätte man auch mal springen können Trapp Ja gut, Alter Hab ich gesagt Oh ja Ganz, ganz Kritisches Ding Jetzt hier Die versauen mir gerade Echt noch die 3 Punkte Ach komm, Schiri Die versauen mir Die versauen mir Die klauen mir jetzt Wirklich 2 Punkte Ich krieg's kotzen Die klauen mir gleich Alle 3 Punkte Würde mich nicht wundern, Alter Bittenkürt, Lars Stindl Was sind die denn noch Alles für Spiele, Alter Auf einem Hannover Ja, voll geil Foul von Bittenkürt Darf ich kurz bitten Darf ich kurz bitten Kurz bitten Darf ich Ja, egal Ach, die klauen mir Wirklich noch 2 Punkte Ich krieg's kotzen Ich krieg's aber nicht geschissen An Tor zu schießen Er ist zu langsam Nein, weg mit dem Stindl Ja, egal, Alter Ach, alle ja, Mann Ach, alle ja, Mann Die klauen mir echt Ehrlich, die 2 Punkte Ich krieg's kotzen Ja, die machen wir jetzt nicht mehr Aber ich hamburg mit dem Stindl streitig. Die machen mir nur zwei Punkte streitig. Ich krieg's kotzen, sie klauen mir zwei Punkte. Er trifft einfach in der siebzigsten und vier Minuten und vier Minuten später wieder. Oh mein Gott. Geht ja gar nicht klar. Wieso gar nicht geht das klar, Alter? Mein Gott, ja.